Willkommen zurück zu einem neuen Fort... ach... Fortnight... Transportfieber-Folge. Yes, Hammers. Heute versuchen wir jetzt mal endlich unser Geld abzubauen, unsere Schulden. Dementsprechend hoffen wir mal, dass es klappt. Momentan sieht das gut aus mit 700.000 Minus. Wir müssen aber allerdings... Ich versuche jetzt erstmal alle drei Monaten mindestens 500.000 bis 1 Million zurück zu bezahlen, wenn das möglich ist. Wenn nicht, hab ich Pech. Ich hätte noch hier was machen müssen. Ich muss jetzt da echt aufpassen. Ich muss sagen, das war knapp. Hup, hup. Hm. Gut. Das war mehr als knapp. Mamma mia. Da kommt er! Eingreizpassagiere. Eieieiei. Achtzehn sind drin. Boah. Boah. Hoho. Wie will der jetzt kommen? Boah. Läuft. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass es finanziell endlich mal besser geht. Denn ohne Geld kommen wir hier nicht weiter. Da kann man so viel gucken, kann ich so viele Videos drehen wie ich will. Wenn wir kein Geld bekommen, bringt es nichts. Deswegen. Wir müssen darauf achten, dass auch genug Geld kommt. Ja. 28. Hier. 1,94 wieder. Das ist... 1,3 Millionen haben wir die Ausgaben. Die Einladen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss... Das ist jetzt, ne? Ah. Sieht... Äh... Sieht plage aus. Nach advertisement und rund 8. Um zu verstärken. Das wird die Teufel. Aber die Kamera kann man mit reifen, ey. bought payment wander toda. Selbst ich gucke ich dir noch rum. Audio. Perfekt. Jetzt müsste es passen. 1,14 Meter haben wir. Wie seht sich sein répond zu unten aus? Da kommt einer mit... 4, oh. 4 vizig. und 7,3 sind drin. 402. 1,4 haben wir an Ausgaben. Wie viel sind da drin? 20. Wo sind die ganzen Passagiere? Das ist ein Schlimmer Moment. Ich bin gerade kurz am Handy. Meine Nase. Manu. Next. So. 1,18. Ich habe so das gewisse Gefühl. Wir kommen nicht unter 1.000.000. Ha. Doch. Haha. Wir vergleichen mal bei 1.000.000 Schulden. 1.000.000. Ja. Knapp. Bei knapp 1.000.000. So. Es müssen einfach meine Passagiere unterwegs sein. Sonst bringt es nichts. Wie sieht das wie drüben unsere Fabriken eigentlich aus? In 5 Monaten hat er die nächste Erweiterung. Und hier in 6 Monaten. Dann beginne ich demnächst mit dem Holz. Mit dem Holz hier. Dass der von hier nach hier fährt. Und dann die nächsten 3. Wobei. Hier nach hier. Könnte ich machen. Könnte ich theoretisch da raus. Dass auch nicht so viel Stau entsteht. Ah ne geht nicht. Wenn wir das so machen. Dann würde das gehen. Genau. Da würde das so gehen. Bei Erzner brauche ich Geld. Ohne Geld bringt es nichts. Da bringt es wirklich nichts. 46 Passagiere. Die Zwiebel werden langsam immer voller. Das sieht schon mal gut aus. Das ist eigentlich auch logisch. Ähm. Niemand möchte von Potsdam wahrscheinlich nach Köln. Und muss dann halt in Hamm ausstellen. Genauso geht es von Köln nach Hamm. Ne von Köln nach Potsdam. Genau. Äh. Ja. Ihr wisst was ich meine. Ähm. Ja. Ach. Hier habe ich ja genauso. Da könnte ich ja hier. nach Duisburg nach Duisburg nach Solingen und nach Köln machen. Aber habe ich die vorhin übersehen. Habe ich die jetzt vorhin wirklich übersehen. Scheiße. So. Da oben genauso. Ne das sind die. Ah. Guten Morgen. Das ist das ja. Ah. Mange. Mann ey. Die kostet 22 und 24. Wo ist denn der dritte Zug? Ach der ist da unten. Da kleidet er ab. Mit wieviel Passagieren? Mit 24. Hm. Was? Moment. Ehm. Moment. Ich gehe sofort weiter. Und wenn wir beim Händen direkt so was schon auf... So... Weiter geht's... 2,7 Millionen, oh, 24 sind wo drin, wo sind die ganze Passagiere, wenn man die braucht, wo sind sie, 16 und 18, naja, ich kann vieles machen, aber kein Geld, das geht nicht, hm. 30, das Gute ist, Potsdam ist damit etwas entsorgt, ich müsste Öl machen, gibt's irgendwo Öl? Nee, 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 da gibt's kein Öl, äh, ich brauch Geld, wo ist mein Geld? Oh, 2, 4, 6, 18, 11, 12, oder 12? Nee, 18 sind wo drin, 14, so, ich müsste gerade die Tür zu machen, sonst ärgert mich die Katze, und das wird ich jetzt nicht, hm, 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 hm. Geld, ich brauch Geld, ich bin, ich bin, ja, ich brauch Geld, hm, 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 hm. Was soll man jetzt machen? Was man vielleicht machen kann, ist hier schön, hier, das sieht einfach fantastisch aus. Das sieht geil aus, echt, das gefällt mir, Moment mal, Moment mal, was hat denn der da rot ist, ja, der ist mir so schnell, 200, das ist jetzt ne Schustisch, dieses Autosave, so, der fährt auch langsam rein, wow, sieht das geil aus, was ist das rote, ne, oder, ist das rote Punkt etwa, mein Logo, ne, schade, doch nicht, wo ist denn eigentlich die Logos, das hab ich mal noch nicht gefunden, hm, da sind 30 drin, Leute, ich brauch mehr Passagiere, ah, 29, 29, wieviel nimmst du mit, 29 immer noch, ja, ja, 29 nimmt der mit, supi, ah, stimmt, ist heute hier, Potsdam, äh, Regionalbahn, Regionalladenhof, ja, Bahnhof, Regionalbahnhof, oh, perfekt, ja, was soll ich, äh, ich komm nicht runter, ich komm da nicht runter, das ist unfassbar, es ist, einerseits ist es deprimierend, der, der, ähm, ja, 45 Passagiere, das sind 25, jetzt bin ich bei 2,2, mach ich über Plus, bei den Zügen, ja, bei den 2 Linien, hä, was mach ich bei den LKWs, kein Plus, in Köln, wie fahren die denn, hä, 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 willst du mich veräppeln, keine Ahnung, ich hab da keine Ahnung, ach, oh Gott, der geht jetzt an die nächste Stufe, cool, cool, ha, ha, und hier, Gott, wie weit die Fehler sind, 1, 2, 3, 4, wow, geil, mäh, da fahren wie zu viele LKWs, aber, wenn ich zu viele LKWs fahre, gibt es auch nicht die höchste Stufe, und das will ich jetzt, 2,53, hm, was soll ich, was soll ich denn jetzt machen, ich könnte es noch mal, nee, 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 kann ich nicht, ich könnte theoretisch gesehen noch die letzten 26 Millionen nehmen, und, ähm, daraus noch Soling dazu machen, Soling oder Trier, wobei, das wird ja teuer, Soling könnte ich jetzt noch machen, oder Duisburg könnte ich auch dazu machen, weil das ist nicht so teuer, ehrlich gesagt, das ist mir, ich muss Geld machen, ich muss, das Geld, was ich da verdiene, durch die Züge, durch die Busse, durch die, ähm, Transport, durch die Industrie, dadurch muss ich mein Geld machen, aber das geht halt schwer gut, wir sind, ach so, na, Zunge denn, 2, 4, dauert, dauert ein bisschen, ich denke, bis zur 6. oder 7. Folge kommen wir, kommen wir, gehen wir viel, viel weiter, nur das Problem ist halt, die Züge, wir bekommen jetzt schon die neuen Züge, 33, und hier sind 41, ach, wird schon langsam voll, nee, jetzt sind wir schon, es wird langsam voller, wir können, wir können theoretisch gesehen, 2,8, 2,9, können wir schon unsere 1,2 pro Million machen, pro Zug, davon gesehen, ähm, damit, das dauert aber halt einen kleinen Moment, ne, das dauert, das ist halt das Problem, das dauert, das ist halt so ein Geduldspiel, ich spiele ohne Mods, ich spiele, also nicht ohne dieses Geldmod da, was viele andere, andere mit, ähm, das Benutzen benutzen, ich es selbst nicht, ich spiele gucken, wie weit ich damit komme, und ich spiele damit halt so viel Erfolg, wie möglich, damit erst sammeln, durch diesen, das nicht Mod, das ist halt so viel geil, wie möglich sammeln, das ist halt, ich bin halt, ich bin halt so ein purer Wirtschaftsspieler, ich denke da wirklich so richtig an die Wirtschaft, hier haben wir Holz, und den können wir dann später, sobald etwas Geld in der Kasse ist, wäre das meine nächste Stufe, hier ein Holz machen, damit das hier auch erweitert wird, ja, damit das auch erweitert wird, sonst, sonst, haben die eben minder kalte Zimmer, wie voll ist denn das, 22, hm, ah, da komm, ich weiß, gewisse, gewisse Geflüge, da fahren zu wenig Putze, ah, Menno, schick auf, da wird das ganze gebabbelt, da fahren zu wenig Putze, im Hang, was eigentlich noch schöner anhören, ist es wahrscheinlich mit Musik, ne, ich, äh, mache noch im Hintergrund ein bisschen Musik mit dazu, dann ist es auch nicht so langweilig, ne, da, 2,3, jetzt mal wieder, der hat 28, das sind wieder 280.000, dann sind wir wieder unter die 2 Millionen, 319, man sieht langsam, langsam wird es, das sind 29, 1,48, ah, ja, der kommt jetzt nicht mal bei 3,1 im Minus, habe ich so das gewisse Gefühl, 32, so, 1,26, 2,48, oh, wird besser, die Zahlen hier, sieht man auch, gut, ich darf an sich achten, hier, von 3,2 auf 1,8, auf 677 momentan, unsere Einnahmen sind momentan perfekt, wir machen bloß, theoretisch gesehen, Problem sind die Sinsen, das ist mein größtes Störfaktor, und je schneller ich die Sinsen abbezahlt habe, desto, ähm, ja, desto schneller kann ich halt Schönbau machen, quasi, desto schöner kann ich halt die Städte bauen, habe ich hier, ne, doch, hier, ich könnte theoretisch gesehen, machen wir auch, das ist ja Köln, ne, ja, Köln hat ja auch einen Fernsehturm, so, bleibe, wir machen sie hier in der Bushaltestelle, machen sie hier in der Bushaltestelle, da, da habe ich, habe ich, habe ich, glaube ich, da geplackt, gucken wir uns das mal an, wow, wow, grad so, ey, ne, eigentlich weniger, eigentlich ist, eigentlich musste ich das hier, eine Straße abbauen, aber das ist erstmal scheißegal, wir haben jetzt an der Bushaltestelle, eine schöne Fernsehtunkel gebaut, gucken wir uns das mal von hier an, hier, ich fahre, ich fahre jetzt mal, in den nächsten Folgen, nächste Folge, wird, ähm, das verspreche ich euch, eine Rückfahrt gemacht, ja, mit dem Bus von Hann, machen wir dann eine Stadtfahrt, und dann mit dem Zug nach Köln, damit wir uns den Fernsehturm angucken können, das, das wird bestimmt eine, da, ein, ein richtig geiles, geiles Video, so, ich papple mich hier da, wie dumm und dappisch rum, und kann nicht trinken, muss ich dann, bevor ich beim nächsten Video anfange, dann trinken wir euch einmal, etwas ein Schlüttchen, äh, so, ich halte jetzt mal für eine Minute die Klappe, ich trink doch einen Schluck, so, in der WhatsApp gibt es auch nichts Neues, so, Autosave, hier, das sehen wir schon, wir kommen langsam runter, hier, 378.000, wir sind jetzt im Plus, wir waren im Plus, wir waren im Plus, wir waren im Plus, 10, ja, so, ah, dann wird es auch langsam wieder voller, 19, 22, ja, wir sind da drin, 21, immerhin einen mehr, hehehe, so, sagen wir da unten mal an, wow, das wird, das wird eine bittere, aua, das wird, das wird eine komische Strecke hier, das wird bestimmt so eine, so eine, ähm, Tunnelstrecke, nach, nach Solingen oder irgendwie, lassen wir uns mal überraschen, aber Freunde, das war jetzt nicht so ein besonderes Video, das war jetzt mal so ein Quatsch, Talkvideo, ich hoffe euch hat das Video gefallen, dann lasst doch mal ein Like da, wenn ihr auch mehr Folgen sehen wollt, lasst auch mal ein Abo da, es würde mich auch sehr, sehr freuen, damit könnt ihr mich auch ein bisschen auf YouTube unterstützen, ne, bis dahin, danke fürs Zuschauen, schau,